Du willst sicher und entspannt in die schriftliche Heilpraktikerprüfung gehen? Dann empfehle ich dir, mach einfach bei der Challenge von der Likamundi mit. Bei unserem zehnten Thema geht es jetzt um Bewegungsapparat und Notfall. Dazu schaust du dir am besten zuerst mein Video an, klickst dich durch die Fragen durch und machst am Sonntag dann die Prüfung von der Likamundi. Am Montag im Live-Video kannst du dann Fragen stellen und am Dienstag, falls du immer noch ein bisschen Probleme hast und es noch intensivieren willst, das Thema kannst du beim Intensivtraining einfach mitmachen und es bei der Likamundi buchen. Ich wünsche dir viel Glück und sicher und entspannt in die Prüfung gehen es am besten.